Willkommen in diesem schicken Ford Grand C-Max EcoBoost mit Sync. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor dieses C-Max ist schadstoffarm Euro 5 und bekommt die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Fünf Türen bieten einen guten Einstieg. Zu den sportlichen 16 Zoll Leichtmetallfelgen gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze sind beheizt und bequem. Für Ihre Sicherheit sorgen 6 Airbag, ESP und Active City Stop. Ebenso der Parkpilot vorn und hinten und der Parkassistent. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem Ford Grand C-Max werden Sie viel Spaß haben. Praktisch und sparsam. Und günstig? Das ist Ford Grand C-Max. Und damit Ihnen nichts passiert, hat der Wagen 2 Jahre Garantie. Auf Wunsch für längerer. Bis zu 5 Jahren. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bei uns können Sie doch einfach mal vorbei und fahren. Bei uns können Sie nicht. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020